Dann kam irgendwann Aids und ich habe ja sehr viele Filme dann auch gemacht für Safer Sex und sehr gekämpft in der Aids-Zeit, weil ich mich da auch verantwortlich fühlte. Und jetzt haben wir wieder eine Zeit, wo die Schwulen wieder unvernünftig werden. Du bist ja eine Generation, in der, glaube ich, ja sehr viele Leute an Aids gestorben sind. Hast du einfach nur Glück gehabt? Ja, kann man so sagen. Ich habe mich nicht so gern ficken lassen. Also ich glaube, das ist das Entscheidende. Passiver Analverkehr, die Schleimhaut ist da sehr zerbrechlich, sehr dünnhäutig und die Vagina-Haut ist viel, also als Hetero ist das viel schwerer, sich anzustecken, wenn du Vaginalen Kontakt hast. Aber Analverkehr ist eben sehr gefährlich, wenn infizierter Samen da reinkommt. Und dadurch hatte ich Glück gehabt, dass ich sozusagen da, ich war auch befreundet zu der Zeit und habe dann auch eine große Panik bekommen, als ich von der Krankheit hörte und war sehr vorsichtig. Ja, das ging ja erstmal los, dass man gar nicht genau wusste, was ist das überhaupt? Das wurde, glaube ich, erstmal als schwulen Krebs bezeichnet, bevor man überhaupt diesen Begriff Aids irgendwann dafür gefunden hat. Wie ging das damals los? Also da gab es irgendwann, plötzlich gab es die ersten Fälle von so einer unheimlichen Krankheit. Ja, es war das erste, war so 1971 gab es einen Bericht, äh 81, Entschuldigung, 81 gab es einen Bericht in der New York Times über eine Krankheit, die wohl hauptsächlich Schwule betrifft oder so. Und dann haben sich dort auch dann gleich Leute zusammengefunden. Ich habe ja dann Mitte, Ende der 80er Jahre in New York, ich war ja lange in Amerika, habe ich dort politisch teilgenommen und da, die haben sich sehr schnell organisiert und haben versucht aufzuklären und haben versucht auch die Pharmafirmen zu zu drängeln, dass da irgendwie weiter geforscht wird, dass der Staat auch Geld gibt. Damals war Reagan sehr ignorant, der das Wort Aids erst sehr spät in den Mund genommen hat und so weiter. Also es war eine sehr kämpferische Situation und das konnte ich dann auch filmisch dokumentieren. Es ist ja bis heute auch nicht klar, woher das im Prinzip kommt, was der ganze Ursprung dieser Krankheit eigentlich ist. Es gibt ja verschiedene Theorien. Ja, also ich meine, da gab es schreckliche, blöde Theorien, aber ich meine natürlich, man weiß, dass es dieses HIV-Virus gibt, dass man das auch dann durch einen Test nachweisen kann und dass man sich schützen kann, vor Dingen, ich meine mit Kondom. Ja klar, natürlich. Und das hat natürlich sehr geholfen. Ja, aber woher, wie dieses Virus entstanden ist, das meine ich jetzt. Ob das aus einem Labor von der CIA kommt? Ja, ich habe ja so ein bisschen, nee, aus dem Labor glaube ich nicht. Also das sind alles so Verschwörungstheorien. Ja, ja. Ich glaube schon, dass das, also man sagt ja, dass in Afrika das irgendwie, ich habe ja da so Parodien gemacht, wo eine Aids-Forscherin vom Affen gebissen wurde und dann angesteckt wurde und so. Also in Ein Virus kennt keine Moral, in meinem Film war das ja eine Komödie über Aids, wo wir vieles verarscht haben, aber gleichzeitig eben auch aufklären wollten und für Sefer Sex werben wollten. Denn es hilft ja nun nicht zu wissen, wie, was, woher kommt, sondern es hilft, dass du es nicht kriegst und dass du dich schützt und dass du dich nicht ansteckst. Und die Situation jetzt heutzutage ist ja wieder, dass Leute also ein Mittel nehmen, Brett nennt sich das, das sozusagen eine Ansteckung verhindern kann. Das ist aber noch nicht so lange auf dem Markt und insofern weiß man nicht, wie schädlich das ist. Aber viele, die dann nachts, also dauernd rumlaufen und ficken die oder sich ficken lassen, die nehmen dieses Mittel und sie können und sind ungeschützten Sex und können natürlich andere Krankheiten kriegen. Also kriegen dauernd Tripper oder Syphilis oder Hepatitis C oder so. Ich finde das alles sehr unverantwortlich und ja, es müsste im Grunde genommen wieder so eine größere Gesundheitskampagne wieder, dass man, dass Leute einfach da wieder vorsichtiger sind. Was glaubst du, wie erreicht man denn Leute mehr zum Aufrütteln? Durch Provokation oder durch so eine ruhige Gelassenheit, um da irgendwie aufklärerisch zu sein? Funktioniert Provokation noch so wie in den 70ern? Na, Provokation immer. Es guckt dir Trump an. Ich meine, der ständig provoziert oder so. Nein, das gibt ja viele Methoden. Wir haben ja damals bei Safer Sex Kampagnen, hatte ich vorgeschlagen, dass man eben Entertainer in den Darkroom, also da, wo Sex gemacht wird, wo schwule Sex machen, dass man da Sänger reinschickt und Entertainer und dass die Leute miteinander reden. Es ist ja ein Film, auch von mir heißt, das ist dieser Slogan der Eltzbewegung Schweigen gleich tot. Das heißt also, wenn man nicht drüber redet, dann das ist im Grunde genommen der Tod. Das heißt, man muss reden, man muss über seine Ängste reden, die Gefahren reden, über Safer Sex reden, gerade wenn man jemanden nicht kennt oder so und dass man da den Mut hat zu reden und eben auch Safer Sex auszuüben. Und ich finde, das ist heute genauso wichtig, weil ich habe 30 Mal Tripper gehabt in meinem Leben und weiß, dass, und damals waren die Spritzen noch recht dick und so und man, das war immer sehr schambesetzt und so. Und seitdem ich Kondome nehme, bin ich pumperlgesund, sozusagen. Ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass es gefährlich ist. Also das muss man, da muss man auch jetzt nicht mehr groß aufklären. Wenn man mit einem fremden Sex hat, dann hat man halt das Risiko. Genauso wie ich immer über eine rote Ampel gehen würde. Irgendwann geht es mal schief. Naja, also ich meine, in großen Städten hast du eben die ganzen Sexclubs, jetzt eben, das hat sich ja dann auch bei Heteros rumgesprochen. Und da wird dann meistens ohne Kondome, viele Vögeln ohne Kondom. Und wie gesagt, wenn sie dann das PrEP nehmen, denken sie, sind sie geschützt, aber sie sind nicht vor anderen Krankheiten geschützt. Das wäre eigentlich nochmal eine Riesendiskussion, die man aufmachen müsste. Und gerade für junge Leute, die neu in die Szene kommen. Man, da tut es mir immer leid, wenn die sich dann schneller, relativ schnell anstecken oder so. Und einfach kommen aus der Provinz, so wie in meinem Film, nicht der Homosexuell ist pervers, aus der Provinz, in der Großstadt holen das nach, was in der Provinz nicht machen konnten. Und dann geht das mit Drogen, Alkohol, weiß nicht was und viel Sex. Und das macht natürlich nicht so glücklich. Also du wirst dann schon nach einer gewissen Zeit depressiv, weil du das ja auch nicht genießt im Grunde genommen. Wenn das zu viel ist und zu anonym ist, viele wünschen sich ja dann doch einen Freund. Ich wollte nochmal auf ein anderes Thema kommen, weil das natürlich vor 25 Jahren ungefähr ein Riesenskandal war, um es mal so auszudrücken. Du hast nämlich Alfred Biolek und Harpe Kerkeling geoutet in einer Talkshow bei RTL, wo ja viel Diskussion dann darum kam. Wobei jetzt nicht Biolek oder Harpe Kerkeling diejenigen waren, auf die sich das denn sozusagen bezog, sondern eigentlich warst du ja derjenige. Der Verräter, der für ihn alle sauer waren. Dem beiden hat es ja gut getan. Ich meine, die Popularität ist ja gewachsen und sie fühlten sich auch befreit. Das haben die aber anfangs wahrscheinlich nicht so gesehen. Nee, sonst hätten sie ja selbst. Ich habe Harpe Kerkeling an dem Tag angerufen und gefragt, ob er sich selber bekennen würde und so und sagte erst vorerst nicht. Und Biolek kannte ich ja ganz gut. Und ja, ich meine, die hatten Angst und die Angst habe ich ihnen genommen. Das war sicher unanständig. Aber es war eine politische Aktion, weil manchmal musst du einen Stein werfen, gerade auf dem Höhepunkt der Aids-Krise, wo so viele starben, wollte ich, fand ich es wichtig, dass Solidarität kam von Leuten, die populär sind und die beliebt sind. Und ja, insofern war das eine politische Aktion. Weil dann im Grunde genommen hast du ja aber, also das ist schon übergriffig. Ich meine, du hast ja oft das Persönlichkeitsrecht, auf das Privat, da hast du drauf geschissen im Grunde genommen. Ja, ja. Nein, ich meine, das war eine politische Aktion und war sicher was Unanständiges. Das war mir klar. Aber wenn so viele Leute sterben, also in der, in der Nacht vor der Sendung ist ein bester Freund, Andreas Salm, gestorben, mit dem ich zusammen politisch in der Aids-Bewegung sehr stark gearbeitet habe. Und da dachte ich, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Da muss man was tun. Und Helmut Schmidt soll bisexuell gewesen sein, habe ich mal gehört. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du hast den Namen doch auch genannt in der Sendung. Und ganz George hast du auch gesagt. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ach so. Das muss jemand anders gewesen sein. Du darfst davon ausgehen, dass es konserviert ist. Es ist ja so, man hat ja, weißt du, jetzt in meinem Alter habe ich ein schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich ja auch an meine Filme nicht mehr erinnern. Immer nur an die, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe ja in Weimar gedreht. Oder die Frage, wo man sich erinnern will, manchmal auch vielleicht. Nein, ich meine, ich habe ja 150 Filme hinter mir und die kann man ja nicht alle behalten. Wie findest du dieses Outing von Kevin Spacey? Das war ja ein Coming-out eigentlich. Ja, ach, das ist so ein komplizierter Fall. Ich kenne mich nicht aus mit dem, mit den Geschichten. Also so ein Outing zu benutzen, um irgendwie von einem Übergriff abzulenken im Grunde genommen gegenüber einem Minderjährigen, finde ich, schadet der schwulen Sache. Weil das bringt das Schwulsein wieder in Verbindung zu Pädophilie. Und das finde ich eigentlich wiederum scheiße von Spacey. Ich kenne die Umstände nicht so von Kevin Spacey. Ich kann darüber nicht sagen. Ich finde Missbrauch, also mit Minderjährigen, das finde ich, ist eine tragische Sache. Und ich finde es natürlich auch schlimm, wenn Machtmissbrauch da ist von Leuten, die Macht haben und das missbrauchen. Das ist, bei Michael Jackson weiß ich auch nicht, wie da die Lage genau war. Aber das sind Sachen, ich meine, die sind halt nicht schön. Nee. Gibt es denn irgendeinen aktuellen Prominenten, den du hier gerne outen möchtest? Wer in der Nationalmannschaft ist wohl. Wir sorgen ja auch gern für Schlagzeilen. Das interessiert mich ja nicht für Fußball. Ich finde Fußball so langweilig und ich finde die meisten auch so hässlich, die Fußball spielen, komischerweise. Der Götze ist ja nur kein hässlicher Vogel, ne? Ist nicht mein Typ. Typ. Okay. Wer wäre denn in der Nationalmannschaft ein Typ? Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Die müssen ja nicht gut spielen können, da langt auch wenn die gut aussehen. Ja. Keine Ahnung. Nee, also ich interessiere mich dafür nicht. Ich finde dann eher so lesbische Sportlerinnen, die so Kugel stoßen, ne? So diese Weiber. Die finde ich toll. Ja. Die finde ich toll. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen. Ja. 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 Vielen Dank.